von hightech und klang ja das thema lautsprecher ist eigentlich auserzählt elektrisch angetriebene membranen welche art auch immer bewegen luft und am ende kommt musik dabei heraus wer hätte gedacht dass es nach über 100 jahren entwicklung hier noch etwas neues geben würde das amerikanische skandinavische entwickler team hat sich vor allem mit dem thema abstrahlverhältnis auseinandergesetzt und das ist die richtige herangehensweise an das thema da auch in den zwanziger jahren des 21 jahrhunderts noch viel zu oft dem prinzip zufall überlassen wird das ist ja auch okay der high fee und high end markt lebt ja davon dass jeder hörer seinen lautsprecher findet also ein modell das bei ihm zu hause akustisch funktioniert viel zu oft schieben die kunden das aber ausschließlich auf den lautsprecher selbst und ignorieren dabei dass sie natürlich niemals den lautsprecher alleine hören sondern dessen wechselwirkung mit dem hörraum das gehäuse stabil und edel die geballte technik ist in einem leicht nach hinten geneigten stand gehäuse unter gebracht das so solide wie elegant aussieht die schallwandkanten sind elegant verrundet die oberfläche in schwarz oder weiß hochglanz zeigt eine marktlose verarbeitung oberhalb der stabilen sockelplatte sehen wir die gitter hinter denen das reflexrohr mündet das dpc array besteht aus drei hochton kalotten die für einen extrem gut kontrolliertes abstrahlverhalten sorgen vom extrem breitbandigen frequenzgang über das wirklich extrem gleichmäßige abstrahlverhalten bis hin zu den angesichts der beiden 17 zentimeter besser extrem geringen clear werten zeigt der lautsprecher vor dem messmikrofon eine wirklich beeindruckende leistung geht doch auch in der heutigen zeit gibt es innovationen beim lautsprecherbau wenn diese dann noch so charmant mit elegantem äußeren und spaß an der musik kombiniert werden dann gibt es von uns eine dicke kaufempfehlung